ich habe fast alles also ich hätte auch alles repariert ich hätte 1000 Hunden nicht reparieren naja egal auf jeden Fall haben wir jetzt eine vollständige X2A-Postung hier den feindlichen Außenposten ja ich werde nur das mit Hanks auf jeden Fall hieß es der die mir schickt haben hoffentlich ich schätze wahrscheinlich wird der die einer Raider wird wahrscheinlich noch dastehen und wahrscheinlich nichts machen so wie ich das schätze oh Scheiße Oh Maschinen Ups Ich habe vergessen da ein Tor auszustellen das mache ich jetzt mal schnell sonst wird es gelöst aber jetzt erst mal weiter in den Vorort 4 das ist ja auch eine andere Farm naja ich werde später vorbei ursetzt das Lock ne ich glaube nicht doch es ist doch das Lock stirb Hemd stirb sch doch die nicht je die als hier da in in hier hier dieses haben wir ein bisschen dabei hat die fast eigentlich auch ap auf das heißt auszufinden leider nicht nicht für dich tot sehen was war es da wohl an den die teuren sachen für dich gibt es bei uns ist also stimmt ja ich kann auch was tragen aber jetzt hängt auf jemanden hieß die servo nicht mehr obwohl habe ich nicht vor alles hingeschickt ich glaube schon naja jetzt einmal hallo ich würde gerne separieren teils über was zu reparieren gibt naja jetzt zur werkstatt schau mal ob wir da was reparieren können na so geht doch ok scheitern daran zu sein also der generator ist bestimmt kaputt was ist doch so funktioniert ja wieder funktioniert auch noch super naja ein ich sehe mich jetzt ob 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 der bestätigte ob er besser ist meinst 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 so so er war das händchen ganze zeug abliegen heuer habe ich eigentlich so viel zeug dabei warum nicht so gewicht was habe ich denn alles dabei habe ich so viel hins bitte dabei so wie schreit man vor allem die jüngere sachen so schwer ja 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 meine ja es so ja und ich de Okay. So, lavier jetzt mal alles ein. also weißt du mich jetzt gar nicht da nie ich muss zurück was ich mir so was ich einladen wollte wenn du was meinst so was du jensen manchmal die genaht behalte ich auf jeden fall das werde ich auch erstmal dann habe ich einladen das hier wohl auch ich glaube ich habe ich gar nicht ablegen oder so viel um wichtigen hilfsmittel ich habe jetzt was ich weiß dass wir aus der ganze liste kochen können und dann entscheide ich ablege was ich was ich mitnehme ich habe sowieso schon so genug katzen ok so dann schauen wir uns wie er es jetzt ablegen so gut hatten und obwohl ich mal halbwetter waffen mods dabei habe ich nicht so so okay hier ist die okay da soll es schon na also Eisenfleisch kann ich da auf jeden Fall lagern Pakete die wollen ja nicht verkaufen aber ich und Tania nicht verkaufe wo soll es überhaupt das brauche ich auch nicht unbedingt brauche ich wenn ich mir tragen will okay so So, um, So, 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 die lesen zwar selbst weg also sowieso nicht brauche ich brauche ich vielleicht wenn ich wieder raus unterwegs bin tausend ist sowieso nicht einlagern zwar ja auch nicht mehr als video verkaufen oh das war das ja alles dann wirst du noch mal alles ein das hier auch mal inlagern das brauche ich ja auch nicht mehr nicht mehr schätzen das war ich da jetzt vorerst mal ok also gut ok also gut wo welcher welcher habe ich jetzt welche auspasst habe ich dir jetzt hingeschrieben frage ich mich jetzt weiter aus dem posten wenn ich hier mal kurz wehrstätten ein teffigen Wurzhaus aber da sind zu viele die petten dann brauche ich besser schnell noch eins und dann brauche ich das hier auch mal kurz Okay. Vielen Dank. Okay, jetzt mal hier hin. Okay, ich brauche einmal das Bett, als würden wir ihn mal bauen. Möbel, Betten... So. Brauchst du was? Brauchst du irgendwas? Ehrlich gesagt, nein. Es ist wirklich gut geworden hier. Da ist er gut. Okay, nun... Ich habe nie verstanden, was Cole da mit drei Banden in Luca World wollte. Hatte doch uns. Mehr braucht man nicht. Tja, und wie ich sehe, scheint Hanks nicht hier zu sein. Wir kümmern uns um das Gebiet, Ross. Immerhin ist es jetzt... Da bin ich wohl zu Kindergarten, der Blumentorp geschickt. Auf jeden Fall wieder auszerbetten. Na, dann muss ich jetzt mal schnell regeln. Ja, dann muss ich jetzt mal... Okay. Okay. So. Jetzt habe ich jetzt mal die Betten, die fehlen. Ah, geil. So, Möbel, Betten. Wo schlafen die denn? Wo schlief die heute denn, die früher hier waren? Wo schlief die denn? Hä? Aber wir müssen eigentlich, wir müssen ja nicht in den Betten sein. Wir sind 30 Uhr, wo schlafen die denn, die früher hier waren? Da. Ah, da ist kein Platz mehr. Jetzt fehlt wieder, jetzt fehlt der Stoff. Na dann. Ah, fast genug. So. Das wäre ein Bewerber, was ich brauchte. Brauchst du was? Kann mich nicht beschweren. Okay. Okay, gut. So. Andere Frage. Wo ist Hanks? Was? Die sind ja auch nicht zu sein. Da habe ich den Yuka World gelassen. Wo ist denn zurückgekehrt, dieser Slok jetzt? Das war, ich schaue mir jetzt bei der Yuka World nach. Ein Problem mit Nahrung haben. Dann kann ich immer auch eine Siedlung bedrohen, die mir Nahrung gibt. Und dann erst die anderen Siedlungsversorgung. Also, wenn ich jetzt mal, so ehrlich, praktisch dort jetzt ihren Anteil haben. Kann ich auch die Burg einnehmen? Ich glaube, das hat mich so. Ich glaube, das hat mich lieber. Wenn ich das auch noch mache, dann habe ich echt Probleme. Aber jetzt schauen wir, ob es überhaupt geht. Ich glaube nicht, dass es gehen wird. Aber jetzt gehe jetzt. Und jetzt gehe ich euch hier mit. Und dann dreifeln. ok so das ist der hanks der schenk mein fehler schenker ist der das war eine echte ansage kann ich noch was für dich tun ich will nicht mehr so aus dem posten ich will dass du zu einem außenposten na klar wo soll ich hin ich habe ein bootshaus ich mache mich besser auf dem weg wir sehen uns dort hey halt 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 ich will einen job durchziehen ich brauche noch die details was für einen job willst du ähm neuen banden außenposten erobern klar boss willst du mit ihnen reden oder soll ich eine crew zusammenstellen die dir dabei hilft sie zu erledigen ich sag mal das ist ja was vom gegenüberreden ich nehme jetzt mal das Rudel das Rudel ich sag ihnen bescheid also was ist das ziel kann ich noch mal das log machen also entschuldigung ist auf gar keinen Fall da ist der haussiedlung war station nordhagen beach was soll ich für sie nur hier nicht gehen äh grey garden finch farm ten pines belov obwohl welche abbrechen du musst mir schon was sagen du musst mir schon was sagen willst du ein anderes ziel wählen oder ach 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 verschieben wenn wir das auch später deine entscheidung aber wir schauen welche welche siedlung eigentlich in der näher sind das kann ich von hier aus nicht dann wir schauen jetzt mal zu die maussenpost gehen dann können wir jetzt umsehen welche siedlung wir wieder auf versiedlung wieder einnehmen wollen aus wir fühlen auch aus ok also gut so haben wir sogar einen green top geschickt ich habe einen green top warte ich habe mich zum bootshaus geschickt ich habe mich zum bootshaus glaube ich zumindest ah stimmt jetzt ist er noch einmal im bett hin stimmt hier jetzt gibt es einen green top ich habe mir zu keiner green top geschickt so dann bleibt ihr das platte dort ich brauche noch ein bett hin wo die sache ist vom tisch ich habe mich zum bootshaus Da wird man ja vielleicht auch vielleicht das Lockwasser, ich hoffe vielleicht das Lockwasser liegen. Momentan sowieso keiner mehr. So, okay. Es wird Stoff, so, aber wenn ich nicht auch noch Stoff bekommen würde. So, noch was, was ist das? So, ich weiß nicht, was ich nicht nehmen muss. Ah, jetzt habe ich. Perfekt. Ich nehme einen Shank, jetzt ist die Frage. Ich nehme einen, der ist schon pennen gegangen. Muss ich irgendwo aufwecken. Das ist ein Unternehmer. Unternehmer heißt das Null, oder? Ja, es ist. Ja, es ist. Okay, also. Die Frau, von der ich versuchte, soll ich suchen. Richtig. Äh. Okay, jetzt wo ist hier, wo schlafen jetzt die anderen? auch Unternehmer. Auch Unternehmer. Auch Unternehmer. Ich glaube, es ist eigentlich noch geben, oder nicht? Ah Mensch, ich habe fünf Betten. Schlafen jetzt eins, zwei, drei, vier, okay, aber hier schläft keiner. Habe ich selber das mal aufgeschickt, habe ich selber das mal aufgeschickt, aber selbst wenn, wo ist die R5 jetzt hier nur noch nicht angekommen. Kann natürlich auch sein, dass die hier nur noch nicht, dass die nur noch nicht hier angekommen ist. Der scheint ja nicht hier zu sein. Also, ja. Was? Kann ich was für dich tun? Willst du noch? Mich mal kurz, ich werde schauen. Welche sind du jetzt hier denn? Also, welche Farben meine ich? Howdy Crossing. Perfekt. Ich werde das durchziehen. Ich werde das durchziehen. Sie, Sie überreden zu. Nein! Das will ich nicht. Abwehr verschieben. Ich werde das auch später. Kein Problem. Schenk? Boss? Was kann ich für dich tun? Ich werde das durchziehen. Ich möchte einen Job durchziehen. Es ist mir recht. An was für eine Art von Job hast du gedacht? Der erste Post der U-Bahn. Es ist in der Zeit, dass wir wieder eine Siedlung übernehmen. Verstanden? Wie willst du vorgehen? Möchtest du sie selbst überzeugen zu gehen oder sie zusammen mit einer Crew ausscheiden? Obwohl ich glaube, ich sage, ich glaube, den Siedler besser, wenn ich sie auslösche. Stell eine Crew zusammen. Wir machen diese Siedler platt. Wird erledigt. Welche Bande soll dich bei der Sache begleiten? Das Rude. Das Rude. Hm. Also, wo willst du zuschneiden? Hm. 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 Handy Crossing. Mal sehen. Hm. Ich glaube, der Laden gehört dir schon, Boss. Bist du sicher, dass du da zuschlagen willst? Und wie ich das bin. Hat den Urteilten. Das ist das Ziel. Ich wollte nur sichern. Du weißt jetzt, wie der Job läuft. Geh zum Ziel auf und erledige alles, was ich bewege. Ich sorge dafür, dass da Verstärkung auf dich wartet. Die Hilft dir mögliche Verbündete der Siedlung auszuschalten. Die da aufkreuzens. Heiz den Siedlern ordentlich ein. Ah, hab dich kurz in. Dann, wenn ich hier gut gut. Ich drufe. Der funktionometer ist guys denn von da, hier. Was ist dieses Video? No money! K�chen! Das ist ja. selber schuld ok jetzt die geschütztur wieder in gang setzen was haben sie genug wir haben sie auch genug schütze wir haben sie auch genug betten ich möchte ja nicht die raider flaggen das roger ich habe jetzt radiosender und der station ist der der station nicht quatsch so schlöpselstille dann noch so dann doch wegen energie zugelassen heute müsste er nicht reichen menschen aufgabe so und da ist sie so fähig brauchen die noch verstärker Ähm Was zu wissen Wo wir heute in Verstärkung ist die Frage Druck Raiderspieß Brauchen wir ein Steffinger oder Senderbaum dachte ich Na egal Was ist die Geil Also Ich schätze mal Ich brauche einfach mehr Siedlung Die sind versorgen Und deswegen Sollen wir jetzt noch Soll ich mehr Siedlung Siedlung wie Siedlung versorgen oder welche Ist die Frage versorgt hier schon also wenn sie versorgen kann also als sonst offensichtlich schon obwohl die können uns versorgen naja dass wir jetzt zurück zu dem bootshaus was sagen wir mal dass uns das noch versorgen soll wenn das nicht geht haben wir auch die andere videos versorgen kann also auf jeden fall eines versorgen ich weiß nur noch nicht welche ich will nicht mehr auf welche ich will jetzt sagen dass er es doch versorgen soll glaube ich nämlich nicht denn dort sind tatsächlich keiner mehr aber es kann ich eigentlich einfach wieder so ein terror bauen dass die das soll also dass sie da hinkommen das mache ich glaube ich auch noch damit dort wieder jemand arbeitet wahrscheinlich sieht er dir das lockt wohnen anzwingen uns zu versorgen paul du müssen jetzt meinen titler ich habe ja was tun ja ich wüsste schon was aufbauen jetzt erst einmal aber jetzt erst einmal also wenn ich mal wie heute ist das versorgen finch farm regelt der finch farm ich will einen job machen ich brauche noch die details was für einen job nie sie wir uns versorgen ich will eine neue zu bringen und vorräte zu schicken ok alles klar was ich bin mir so lange auf die leute werfen wenn du fertig bist b k wiesen unternehmer unternehmer ich geb ihnen bescheid also wo soll das ganze steig so wach hat das Zeit, Riffin. Finde ich. Wenn das alles nichts hilft, kannst du immer noch einen von ihnen bestechen, dann die anderen überzeugen. Die Anzahl der Außenposten in Reichweite wirkt sich darauf aus, wie schwierig es ist, sie zu überzeugen. Das solltest du in Zukunft also bedenken. Es gibt eine Menge Wesen, das anzugehen. Viel Spaß. Zunächst auf den Baustich, da ist Rudel und dann zur nächsten Siedlung und dann schauen wir weiter. Hä? Aus der Einführersiedlung. Ich glaube, wenn die Fiesmanität fährt, dann heißt sie auch, Herr Pugel, das meint er glaube ich auch, denn ich möchte ja wissen, ob er hier wirklich herpugelt oder ob er nur mit ihnen redet. Ich mache euch ein Angebot. Ich bin hier, um euch ein Angebot zu machen. Ihr überlasst mir und meinen Freunden in Nuka World Kronkorken, Nahrung, Vorräte. Was immer ihr habt. Und dafür machen wir euch keinen Ärger. Oh, ich weiß nicht. Wir haben hier viel Arbeit reingesteckt. Wir können dir das nicht einfach überlassen. Problem. Willst du es auf die harte Tour? Schön. Lässt dich einrichten. Oh, verarsch mich doch nicht. Glaub nur nicht, ich würde dir nicht wehtun. Schön, traurig. Schätze, du wirst nicht einfach weglaufen, oder? Das ist aber nicht. Jetzt zeige ich's, du verdammter Siedler. Verdammt viel Blut. Und war so schwer. Ah ja, wer ist jetzt für mich? Ihr arbeitet ab jetzt für mich, klar? Schickt einfach schön Vorräte. Dann gibt's keine Probleme. Okay, wenn wir dich dann los sind. Und jetzt verschwinde, bitte. Aber hier steht vorher unter Nürfahnen auf. Ähm, okay, wo ist die Werkstatt? Ähm, wo kannst du noch hier in der Werkstatt? Ich möchte hier nur was aufstellen. Obwohl, ich war hinten in der Richtung hier. Aber erst einmal, stelle ich euch mal als Level ab. Finde ich mal als nächstes Level. Ich wollte, glaube ich, ich wollte, glaube ich, ich wollte, glaube ich, schaust du das Level. Ich wollte, glaube ich, Level. Bin ich maximal, aber das ist eigentlich, das ist eigentlich ja sinnlos. Ich level jetzt, glaube ich, eher jetzt mal Schmied. So, ich bin jetzt jetzt versorgen. Ich muss jetzt nur auch schauen, dass wir ihn, also bin ich jetzt hier nur, äh, so, ähm. Mal, ich würde ja suchen, Sachen wie ein Sanctuary abzulegen. Ich habe wieder so viel Gewicht dabei. Aber ich würde ja nicht verbinden, deswegen kann ich ja nicht aufbauen. Alles klar. Okay, also, ich sage hier, ich komme da ja auch nicht nach Hause. Habe ich noch ein Wort, den ich bewachen können. Alles klar, dass wir dieses Video warten müssen. Ich habe bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao.